Hallo YouTube, schön, dass ihr da seid. Oh, guckt mal hier, die Kirschen, die kommen langsam. Wunderschön. Weißt du, was ich dazu zu sagen habe? Ja, ich ernte. Man kann die ernten? Ja, deswegen habe ich die ja gekauft und... Nein, ich meine, man kann sie jetzt schon ernten. Ja, ja. Wir haben 73 Kirschen. Das ist ein bisschen. Ja, und... Kaufen aber immer noch nicht. Ja, das dauert. Kann man theoretisch auch jetzt essen, weil es 40% geringer Ausdauerverbrauch macht und der Effektdauer liegt bei 60 Sekunden. Hier, ich lasse mal frei für dich. Die Weizen-Dinger sind fertig. Ja, komm her. Warte, warte, warte. Ja. Kirschen für dich. Geil. Ja, ich kümmere mich um Weizen. Kümmerst du dich dann ums Grafen? Ach so, das, was wir letzte Folge beschworen hatten. Ja. Aha. Ich muss mal mit... Wir haben... Wir haben Bronzesicheln. Wie geil. Ja, die hattest du im Hobe gefunden. Ja. Glaube ich. Das kann gut sein, ja. Ich mach mal ein paar Planken und so. Vergiss nicht immer wieder Beeren zu essen. Was für Beeren. Oh, Kirschen. Meine Güte. Ich wusste schon, was du meinst. Sehr gut. Ich nicht. Ey, wie viel Weizen wir hier rauskriegen. Geht. Fast 100. Oh. Weißt du, was das heißt? Ja. Dass die anderen Felder noch mehr geben. Ja. Weißt du nicht, ob es gut ist oder nicht? Okay. So. Jetzt will ich nämlich kurz nachschauen. Ich hab Weizen rausbekommen. Genau. Das muss ich jetzt trashen. Genau. 10 Weizenkorn und 7 Stroh kriegen wir raus. Perfekt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So. 170 Weizenkorn haben wir aus der kleinen Dinge da rausgeholt. Das ist viel. Hm. Geht so. So, daraus mach ich, kann ich dann Mehl machen? Wollen wir dann Mehl jetzt schon machen? Ja, ich mach jetzt mal 10 Mehl. Okay. Beziehungsweise. Skadem. Ja? Was macht mehr Sinn? Holzfiolen oder Eimer? Die wir dann eventuell auch verkaufen können. Keine Ahnung. Also ich, generell beides können wir verkaufen. Ja. Warte mal. Ich rechne es kurz auf. Ähm. Kannst du ja mal nachschauen, was wie viel bringt. Wo ich gerade? Oder würde ich, wenn... Ah, jetzt. Ah, ich... Oh, geil. Ähm. Was noch geiler ist, äh... Warte kurz. Warte kurz. Sekunde. Eimer sind besser. Okay. Gut. Ähm. Weizen können wir dann im Herbst wieder anpflanzen. Wobei, warte mal. Sind sie? Es ist genau gleich. Dann sind die Eimer besser. Ich denke, 110 Weizen reicht für die Felder dann im Herbst. Absolut. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wir haben 202 Weizen. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann frage ich mich, was wir falsch machen. Ähm. Die Antwort ist viel zu lang. So, jetzt könnte ich sogar Brot backen. Meine Aufgabe. Ich habe ein Ladenbrot. Meine Aufgabe. Was? So. Kochen. Nee, nee. Ich brauche einmal mit Wasser. Deswegen brauche ich ein bisschen viel Wasser. Haben wir tatsächlich. Ich glaube, 30. Ähm. Wasser. Ich weiß nicht, ob es ein ganzen Eimer ist. Nein. Wir brauchen. Oder nur eins davon. Eins davon. Okay. Weil da steht nur Eimer mit Wasser. Da steht nicht wie viel Wasser. Weiß. Das ist bei meinen Getränken auch. Hälfte fertig. Ich mache gerade 30 Eimer. Perfekt. Oh, jetzt. Oh, jetzt kommen wir gut voran. Das ist das, was der Anfang ist, halt zieht sich viel, aber jetzt kommen wir gut voran. Findest du? Ja, also ich sage mal so, gerade habe ich zwei Fähigkeitspunkte bekommen. Ah. Äh, ich nicht. Hey, I was using that. Äh, Landwirtschaft und, äh, Gewinnung, weil ich gerade eben Wasser gezapft habe. Viel fair. Ich mache mal 69, äh, Fladenbrot. Nice. Das dauert jetzt... Acht Minuten. Bitte. So, YouTube. Ich hoffe, ich habe ein... Fast-Forward für euch gemacht oder... Erst rausgeschnitten. Ja. So. Ah, schöne Eier. Ganz viele Eier. Ei, 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 ei machen das müsste ich dann können die eier auch theoretisch verkaufen ja das können wir auch das ist nämlich was ich empfehlen würde wir könnten auch fladenbrot großteil verkaufen ja 30 habe ich mal reingeschmissen bin ich schon wieder komplett überladen getrocknete feigen haben woher haben wir getrocknete feigen okay weil das ist nämlich nichts zu essen das was was wir verkaufen oder schenken verschenken kann und das könnte uns den arsch retten diese weil da steht so könnte bis zu 750 münzen bringen also max einsam muss wissen wenn du nicht weiß woher es kommen und wir es nicht gekraftet haben dann haben wir zu 100 prozent gewonnen ja das stimmt so ich denke ja du bist ja jetzt fertig mit den kraften in eine halbe minuten ja und hast natürlich so viel gemacht dass wir dann gleich hier der werkstatt stufe 2 ja stimmt sogar wir hätten gleich werkstatt stufe 2 ganz ehrlich macht hier keine aufhören bei wie viel sind wir 233 wir brauchen 0,2 noch und wir sind eigentlich jetzt drüber also du kannst jetzt aufhören theoretisch kommst du mal raus oh steiße ähm wo geht die küsse dann weißt du es ja komm mal da raus bitte hey du kannst ja abhören sag mir nicht da ist jetzt ein fehler weil du drinnen stand ist wenn wir ne ist schon ist schon ist schon ist schon ich kann sagen holt stamm bretter lass mich mal in die kiste ja können wir verkaufen gehen ich kann nämlich kaum mehr was tragen deswegen müsstest du ja mitkommen achso wollen wir es jetzt direkt kaufen ja lass jetzt es gibt ja neue quests in der stadt hast du die einmal mitgenommen nee ich bin schon überfüllt mit fladenbrot kürchen bringen aber auch viel können wir auch verkaufen apropos kürchen ist meine gute gute idee eigentlich habe ich ehrlich gesagt nicht verkaufen ich auch nicht deswegen habe ich sie ja eigentlich auch angepflanzt ich habe mir nämlich dabei was gedacht dass ich so früh im spielstadium die gekauft habe und gepflanzt habe ah wölfe da ist jetzt ein klopper auf dich fokussiert ja jetzt kommst du zu mir ja die war auf mich fokussiert ich warte hier auf dich kannst du die wölfe töten bin dabei einer ist tot warum rennt der weg der lau ist nee der lau war der ist zu mir gekommen aua fuck was ok der wolf ist ein bisschen unsichtbar gewesen nee der war im gebüsch achso das macht tatsächlich mehr Sinn warum lebt der noch ist er hier liegen überall Kofferfälle nimmst du mit sag mich nur warum ja mhm mhm ab in die staat warte mal ich ich mache mir kurz die die Bären auf den Haken. Ah, okay. Ich kann sie mir nicht auf die Haut warten. Gut. Ah, ich habe schon wieder einen Wolf gehabt. Fax. Ich sehe aber keinen. Hä? Ach, die sind in der Höhle. Wahrscheinlich. Ja. Ja, der Korrektur, die sind bei mir gewesen. Ich werde, glaube ich, nie ankommen. Habe ich auch so das Gefühl. Ach, der Junge ist weg. Der hier Räuber sein wollte. Dieses Mal hatte ich keinen Hunger. Den, der, der. Der hat den Wegen, klar. Hallo, Staat. Wie geht's euch? Mein Kollege kommt gleich. Beziehungsweise Kollegin kommt gleich noch. Eventuell. Irgendwann. So. Kreuzhacken. Nee, Barsch. Ich habe keinen Bock auf Angeln. Kupferschaufel. Einfach ein Säckchen. House before Bros. So hieß gerade die Mission bei mir. Mhm. Max, was zur Hölle hast du für eine Mission angenommen? Die, die da war? Was? Oh mein Gott, das ist, darauf wäre ich ja nie gekommen. Ja. Ach, nö. Oh mein Gott. Ich komme wahrscheinlich wirklich nicht an. Ich genieße gerade die Musik hier. Was für Musik. Ich bin in einer Taverne. Hier gibt es gerade eine Liveband. Ich kann mich das aber auch nicht. Ich bin in einer Taverne. Ich bin in einer Taverne. Ich bin in einer Taverne. Ah, okay, okay. Die Musik ist gar nicht mal schlecht. Lass mal die Sachen fallen. Fürs Verkaufen. Wo sind denn die ganzen Händler? Warum sind sie denn nicht hier? Auf die Uhrzeit geguckt? Oh stimmt. Ah hier sind die sogar. Die Farbe. Oh Gott, das will 0,2 pro Holzfläche. Ja. Gut. Getrockneten Feige. Ich weiß nicht. Also 375 würden wir dafür kriegen. Ja, gemacht. Ja komm, wir brauchen das Geld. Good luck. Ich dachte, ich muss den Wehren. Ich bin's. Ich bin's. Aber ich muss das nicht tun. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. hier ist irgendwie mit so einem komischen papier brief ja das ist der lee also lehnt es ja so zu sagen können umbringen also bestimmt keine ahnung weiß ich nicht ich hab's halt nie gemacht weil ich eigentlich mir ein schönes leben hier machen möchte ein schönes leben heißt keine steuern also theoretisch könnte ich auch ausschalten aber nein nein es ist sehr langweilig da ist er ja haferkorn kriegen man nicht so schnell ran außer ich kaufe und das lohnt sich nicht doch dann ab zurück ja mit ein paar missionen am schlappt habe ich glaube drei habe ich angenommen zwei zwei drei nee zwei zwei dann ab zurück ah der tag ist ja schon fast vorbei ja es wird schon echt dunkel das lustige ist bei mir in der ecke wird es auch dann immer richtig dunkel hattest du irgendwelche sachen unterwegs gesehen so wie ein karren der umgefallen ist oder so ich war damit beschäftigt nicht von dem wolf auch ich sehe wo du die wölfe ja oh nein der lässt mich in ruhe noch ich habe keine pfeile mehr warum habe ich keine pfeile mehr musst du neu ausrüsten kein wolf ist tot zweiter wolf ist tot bedammt hier hat man noch mal ein messer gemacht drück auf kuh dann siehst du es habe ich habe ich habe ich ja ich habe hier leder gefunden 500 nur für licht nur damit die umgebung erhellt wird ja ich würde es gerne machen ja wer weiß hey produktion das war für dich dann so ah das wusste ich natürlich ich habe zwei leder bekommen ach scheiß drauf ich kaufe es ich scheiß frei ja ich habe jetzt hier die 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 tonschalen diese feuerschalen freigeschaltet okay jetzt will ich unbedingt noch das haus oben fertig kriegen übrigens weißt du warum ich dir gesagt hatte das kochen für mich ist mhm weil ich äh skills dafür habe damit kriege ich mehr xp ne ich genauso so warum hast du das ausgebild äh jede wir alle machen kriegen die gleichen skills und so und für alles die gleichen Fähigkeitspunkte ja die können wir uns aussuchen nein nein wenn du mal auf äh hier doch doch auf Fähigkeiten dann wenn ich jetzt hier bei Landwirtschaft oder Produktion oder sonst was handwerkliches können kannst du ja selbst auswählen wo du was hin nimmst aber für diese Punkte kriegst du immer noch Erfahrungspunkte für die jeweiligen Reiter ja das ja das ja aber ich meine damit dass ich dann noch mehr bekomme oder ich schneller level äh ich brauch das nicht oder wie oder was oder wo richtig genau nicht was das kochen wir haben nicht genug Holz richtig weil jemanden wollte dass ich ein paar Sachen kaufte ja hättest du auch einfach Stöcker nehmen können hatten wir viel weniger wir haben nur 100 Stöcker ja und weiter also nein um ich hier bleiben ja finde Ein paar Bäume fällen. Aua. Der Baum hat mich erwischt. Aber eigentlich lag er schon und ja, ich hab mich einfach nur daneben gelegt. Okay. Wie kriegen wir am besten Dünner? Äh. Am besten mit Tieren. Die jetzt nicht unbedingt Hühner sind. Ich wollt grad sagen. Hühner sind dann glaube ich nicht die, was sie dann erklären. Ähm. Oder halt verrottenes Zeug. Ja. Oder kaufen. Was ich ja die letzte Zeit immer gemacht hab. Hm. Aber die, das Essen verrottet nicht so schnell. Problematisch. Okay, zocker. Ja, ein paar Baumstämmen noch. Dann hab ich das sogar fertig. Ah. Let's go. Go, 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 go. Go, go, Power Rangers. Was machst du jetzt grad noch? Äh. Gucke, noch Sachen. Und was? Diese Fraktum? Damit du produktiv bist, bitte. Was müssen wir denn machen? Wir brauchen Rohstoffe. Eine Dunkelheit. Ja, dann nehmen das Faggel mit. Könnte ich, ja. Dann nehmen wir ein paar Stöcke. Wir haben doch zwanzig, äh, zwölf gecraftet. Ja. Ich hab auch zwei Immobilien da. Ja, also, dann hast du doch welche. Dann seh ich aber nur Sachen, die vor meiner Fresse sind. Ja, ich seh alles. Selbst YouTube sieht alles. Ja, ich nicht. Du weißt, wie komisch, was bei mir ist. Oh. Der Baum lag doch, meine Fresse, ey. Ja. Wieso, ey, wieso? Hau, damn. Okay, wenn Bäume sich trotzdem noch bewegen, immer noch wegbleiben. Gut. Richtig. Das, äh... Auch wenn sie am Boden liegen. Richtig. Kurzfassung. Finger weg von Bäumen. Die sind gefährlich. Oh, ja. Deswegen sind Papierschnitte auch sehr gefährlich. Und tun weh. So, sechs Holtstämme werde ich noch schnell zu planken und dann ist das Gebäude auffällig. Du machst ein neues Gebäude. Äh, ich mein, ja, dann ist das neue Gebäude fertig. Ist gut. Lass es. Lass es einfach. Mach es nicht noch schlimmer, als es eh schon ist. Ich glaube, das geht mittlerweile nicht. Nee. 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 Hm-hm. Aber weißt du, was ich dazu sage? Content! Content! YouTube, wo man sich zum Affen für Content macht. Ähm. Ich liebe es. Wir machen uns aber eigentlich nicht so wirklich zum Affen. Und wenn da nicht bewusst. Weißt du, dass das Schlimme ist? Wenn man nicht weiß, dass man sich zum Affen macht. Äh, ich weiß ganz genau, wann ich mich zum Affen mache. Okay, weil ich nicht. Ah ja, die Tonschale hat nochmal 300 gekostet. Ah. Also, Geld haben wir nicht so wirklich. Mehr. Was? Wie kann das denn nur sein? Ja? Es ist ja nicht so, dass jemand uns unnötig Geld ausgegeben hätte, oder so. Ja, ja. Max. Ja, was denn? Hier kümmern wir auch drum, dass Geld wieder rankommt. Oder nicht? Nein. Also, ja, aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Genau. Ach, diese Maske ist einfach toll. Ja. Und das ist das Beste, was sie im Game hätten einbauen können. Weißt du, was interessant ist? Es wird wieder Tag. Nö. Der Mond ist jetzt hell oben. Das ist nicht Tag. Oh. Es wurde so hell, deswegen dachte ich, dass es Tag wird. Äh. Wow. Was? Und Leute, damit spiele ich mit... Hey. Hey, 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 hey. Wohin soll ich das wissen, wenn ich die ganze Zeit auf den Boden gucke, hä? Und ich einfach nur merke, oh, guck mal, es wird hell. Oh, nein. Das ist ein... Das ist cool. Ne, dieses Ohnein war eher auf... Hm? So. Auf ne große Katze. So. Äh. Oh, es wird wirklich doch wieder hell. Ich hab's dir doch gesagt. Ich hab's dir gesagt. Oh, es wird wirklich hell. Na? Wer macht's nicht jetzt zum Affen, hä? Ja, ey, ich hab mich... Es ist okay. Ich hab mich zum Affen gemacht. Es ist okay. Ich take das. Kein Problem. Äh, haben wir Line-Garn? Keine Ahnung. Ich hab' absolut keinen Plan, was es ist. Äh. Da, 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 da. Ja, haben wir. Zwei Stück. Okay. Süß. Ähm. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Äh, oh, bisschen. Ja. Darum wollte ich mich eigentlich hinaus, als ich gesagt hab, oh, ist das schon dunkel. Ja, ist ja gut. Vielleicht können wir uns ja jetzt, jetzt noch, äh, hinlegen. Um den Tag zu beenden. You, you know what I mean? Ja. Ja. Wir können den Tag beenden. YouTube, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Sorry.